Thema Umzug von Koi in einem 200 Kilometer entfernten Teich. Sehr geehrte Frau Dr. Lechleiter, sehr geehrter Herr Kammer, endlich spricht mal jemand die Frau Dr. als erstes an. Hämmer selten, gell? Ja, die guten Sitten sind ein bisschen auf dem Rückzug. Sehe ich auch so. Ich bin einer der letzten Gentlemen. Was hast du gerade gedacht? Sandra, ich kann Gedanken lesen. Sag ich nicht. Wir haben 2018 einen Koi-Teich gebaut, den kompletten Teichbau. Da haben wir nach Ihren Vorgaben immer den Koi-Block gebaut. Danke für die zahlreichen und lehrreichen Blocks. Der Teich funktioniert fantastisch und wir wollen, da ein Umzug ansteht, den gleichen Teich nochmals bauen. Der neue Teich befindet sich ca. 3 Fahrstunden von unserem jetzigen Wohnort entfernt. Nun zu meiner Frage, wie bringen wir die Koi am besten über den Highway? Unsere Vorstellung wäre, die Koi in einen 1000 Liter IBC-Behälter mit entsprechender Belüftung zu packen. In Japan wird das ja beim Abfischen auch so gehandhabt haben. Ich muss eine kleine Sauwitzige-Geschichte erzählen. Der wäre in der Bild-Zeitung gekommen, ich schwöre. Was ist Ihre Meinung dazu? Die Blogs mit Frau Dr. Lechleiter finden wir sehr lehrreich und interessant. Auch hierfür vielen herzlichen Dank. Es wäre aber auch schön, wenn Sie sich auch ausreden lassen würden. Mache ich nicht. Im Voraus vielen Dank für das Beantworten unserer Frage mit freundlichen Grüßen aus der Pfalz. Andreas und Katja. Mache ich wirklich nicht. Wir reden so, wie wir reden im Büro. Wenn wir uns über Politik, über Pandemie, über sonst irgendwas, geht es genauso. Vom Hundertsten ins Tausendste. Vom Haar schneiden aufs Hecken schneiden. Und das ist ja auch nicht unhöflich, wenn ich Sie unterbreche. Ich bewahre Sie ja nur davor, was Falsches zu sagen. Das ist echt ein Schmöse. Jetzt gehen hier die Mails. Meine Mailadresse ist abgemeldet. At konnische-koll.com geht es nicht mehr. Jetzt mal zurück hier. Das ist einfach, wie es ist. Ich bin, wie ich bin. Und dann einfach nicht angucken. Ja, ist so. Was soll ich sagen? Ich kann jetzt nicht noch... Nein, ich nehme es ihm ja auch nicht übel. Nein, ich habe Sandra da oft darauf angesprochen. Und auch andere Leute. Da eine empfindet mich so... Die Antworten nur nicht gehört. Ja, ab und zu. Also wir kriegen da nicht mehr als zwei, drei Beschwerden am Tag. Alles gut. Alles gut. Nein, das kommt alle Vierteljahre mal. Vielleicht haben wir jetzt da mal lustig drüber geredet. So, soll ich erst die witzige Geschichte erzählen? Ja, erzähl mal deine witzige Geschichte. Also die Nummer wäre echt. Olli hatte viele große Fische im Teich. Und das war so eine Matsuba... Es war Benigoi-Akamatsuba-Blutlinie. Und die hat er damals klein gekauft. Die, wo die ganz alten Blogs anschauen, die kennen sie vielleicht. Und irgendwann hat er davon so 15 Stück. Die waren aber wirklich 75 Zentimeter und größer. Und dann hat er mich angerufen. Ja, ich habe die jetzt verkauft. Ich habe einen Kumpel. Und die haben brutal Chemie gekriegt. Und bei dem ist ein Fisch einfach groß, ein bisschen bunt. Und legt nicht Wert drauf, dass die wunderschön sind. Der holt die am Sonntag ab. Und ich sage, ja, und? Ja, wegen Cachern und Fangen und so. Und ist das okay für dich? Sag ich ja. Und wie? Ja, der kommt mit dem Fischtransportbehälter. Und dann komme ich da hin. Jetzt hat er wirklich auf so ein Pick-up. Wie heißen diese VW-Teile da? Amarok. Ja, also diese Pick-up-Teile. Hat er einfach einen IBC-Behälter draufgestellt. Hat einen Deckel oben abgeschnitten. Hat Wasser bei sich zu Hause reingefüllt. Er hat aber schon so viel gefehlt, als er dann die 10 Kilometer gefahren war. Dass er dann nicht mehr gefehlt hat, war gerade ein Wunder. Und dann sage ich, wo ist eine Abdeckung? Dann sage ich, für was Abdeckung? Braucht doch kein Mensch. Jetzt hätte der wirklich, also das war ja Olli, der hätte das auch verhindert. Jetzt hat er wirklich gedacht, er kann, wenn es nur 10 Kilometer, vielleicht sind es nur 5 Kilometer, kann der einfach diese riesen Viecher da reinschmeißen und losfahren. Und die bleiben brav da drin. Ich garantiere Ihnen, da wäre der Weg von Ollis Haus bis zu dem Teich, der wäre alle ein paar hundert Meter gepflastert gewesen mit einem Koi. Das wäre wahrscheinlich in der Tagesschau gekommen. Eine Tagesschau nicht, das ist ja nicht ganz so sensationsgeil. Nein, nein, Vorsicht. So, und dann haben wir da ein Ding drauf gemacht und so ein 1000 Liter Behälter für 10 so große Fische oder 15, keine Ahnung, so was waren das, ist das für mal eine kurze Zeit machbar. Aber 200 Kilometer ist ein Profitransport. Und alles, was ich euch anbieten kann, ist, wir schicken euch Kartons und ihr schickt die nachher wieder zurück, wenn ihr fertig seid, aber ohne Tüten. Wir packen Tüten rein und dann mache ich euch noch eins. Ich mache euch jeweils in jede Box eine einzelne Tüte, wo ich rein Sauerstoff reinmache, verkordel das. Und wenn ihr nachher hergeht, ich habe das irgendwann mal in einem Blog gezeigt. Timmy, erinnere mal, wir zeigen das in einem der Home-Entertainment-Blogs, wie das geht, weil das ist echt eine clevere Geschichte, weil diese Sauerstoffflaschen zu besorgen und so ist alles der volle Mist. Und mit diesen Sauerstoffkonzentratoren weiß man nie, wie viel drin ist. Und dann geht ihr einfach her, aber wir zeigen es dann im Blog und nehmt einen Wasserschlauch, schneidet es so weit ab, so einen Gartenschlauch und dann macht ihr Fische, also wir zeigen es im Blog, das ist ganz geil. Also einer der nächsten Home-Entertainment-Blogs werden wir zeigen, wie man so die Fische umsetzen kann, weil wenn jemand anderes von Ihnen mal einen Fisch transportieren möchte, kann er in den normalen Zuhandel gehen, kann fragen, ob er für 238,40 sich eine Tüte mit Sauerstoff füllen kann, weil diese Transporte, glaubt mir, mit normaler Luft, wo nur 21% Sauerstoff drin ist, im Vergleich zu reinem Sauerstoff, der ja dann irgendwie 99% hat, das geht über 200 Kilometer, funktioniert das nicht. Das ist viel zu kriminell. Wie siehst du das? Ja, ganz ähnlich. Ein wichtiger Hinweis ist vielleicht auch noch, dass man die Tiere wirklich ein paar Tage vorher mal nüchtert, dass sie möglichst leer auf den Transport gehen. Das ist auf jeden Fall eine Hilfe und auch die Wassertemperatur spielt eine Rolle. Wenn man das zu einer Zeit macht, wo das Wasser noch relativ kühl ist, hat man den Vorteil, dass sich eben mehr Sauerstoff bindet. Das wäre dann eben wichtig. Und die Fische auch weniger brauchen. Aber Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen. Nein, es wäre natürlich, wenn man jetzt diese Sauerstofflösung nicht anstrebt, auch mit Luft etwas einfacher zu transportieren. Je wärmer es wird, umso wichtiger wird es, reinen Sauerstoff zu verwenden. Genau. Und diese mit entsprechender Belüftung, bla bla bla. Bei der Belüftung sage ich euch, da seid ihr nämlich genau, A, wie wollt ihr die Belüftung machen? Mit so einem Zigarettenanzünderteilchen. Die Belüftung, verspreche ich euch, ist ein Riesenrisiko. Die geht euch nach genau 50 Kilometer kaputt. Und dann könnt ihr überlegen, fahre ich zurück oder fahre ich wieder hin? Und wir manchmal schon, was glauben Sie, warum wir bei unseren Messwannen hier mit reinem Sauerstoff arbeiten und nicht mit Belüftung? Weil wenn da mal 5, 6, 7 Fische in der Wanne sind und dann 20 Grad, der Sauerstoffwert geht so nach unten. Da erschreckt man zu Tode. Von daher macht es mit professionellen Kartons. Ihr habt nicht reingeschrieben, wie viel? Geschlossenes System ist immer besser als offenes System für den Fischtransport. Absolut. Und ihr könnt vor allem auch mal 10 Stunden im Stau stehen. Eben. Und in diesen Kartons überleben die Fische in über 48 Stunden von Japan hierher. Wenn sie genüchtert sind mit reinem Sauerstoff in einem dunklen Transportkarton, hat man eigentlich die besten Rahmenbedingungen. Wir hatten mal ein Schippenwender aus Japan. Und das war das erste Mal, dass der Lkw-Fahrer wegen irgendeiner Stauwarnung ist ja nicht über Mannheim hier runtergefahren, sondern über Würzburg. Was man mal machen kann, ist zwar ein bisschen weiter. Und jetzt wurde die Autobahn gesperrt, weil ein Lkw gebrannt hat. Und da ist... Vollsperrung. Vollsperrung. Es ging 10 Stunden. Das war im Sommer. Da war es heiß ohne Ende. Der Lkw stand, der konnte nicht unter eine Brücke fahren. Auf dem Lkw hat die Sonne drauf gepretzelt. Es ist nichts passiert, gar nichts. Aber seitdem, weil man muss ja... Wir versuchen zu den Schimpansen zu gehören, die dann doch noch ein bisschen einen Lernzuwachs haben. Seit dem Moment, ab Mai, Mitte Mai, Juni, je nach Wetter, schicken wir die Fische von Frankfurt immer im Kühltransporter hier runter. Kostet uns pro Chip, man glaubt, 500 Euro mehr oder so. Ja, aber macht Sinn. Aber das ist geil. Wenn man dann aufmacht, dann riecht es erstmal lecker nach Wurst. Also, man sieht auch, das mit dem Transport ist nicht so einfach. Ich würde mir das auf jeden Fall absichern. Und Sandra hat natürlich recht kühle Temperaturen, macht die Fische ruhiger. Den Sauerstoffkonsum verbraucht der Fische geringer. Aber das Wasser kann gleichzeitig mehr Sauerstoff lösen. Also ist die Summe aller Vorteile. Und so. Aber ich würde es auf jeden Fall mit... Tüten machen. Tüten und Karton. Warum fällst du mir jetzt ins Wort? Einfach, um mal zu zeigen, dass ich das auch kann. Ich werde immer angemacht wegen dir. Und du hast jetzt wieder Sonderrechte. Wir reden, wenn die Kamera aus ist, Frau Lange. Bis dann. Tschau. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020